So lange er frei rumläuft, wird er sein Ziel nicht aufgeben. Irgendwas hat sich verändert. Rufen wir alle zusammen. Acht Folgen die Woche. Wie kann jemand nur so viel Glück haben? Sechs Staffeln. Das hab ich nicht erwartet. Alles chronologisch. Der Wachensinn nimmt kein Ende. Criminal Minds. Gleich noch eine Folge. Auf 13th Street. Es hat uns Milliarden Dollar gekostet, etwas zu erschaffen, für das jede Nation in den Krieg ziehen würde, um es zu besitzen. Ihn. Ihn, nicht es. Riskante Einsätze. Wir wollen hier dafür sorgen, dass niemand verletzt wird. Wir sollten reden. Fatale Reaktionen. Keine Kompromisse. Jemand wurde erschossen, das Spiel hat sich geändert. Bin bereit. Ich pass auf, dass alles gut geht. Flashpoint. Montag. Ab 23.25 Uhr. Zwei Folgen am Stück. Auf 13th Street. Keine Einheit ist besser. Trommel, das Team zusammen, wir haben einen neuen Fall. Jede einzelne Episode. Fünf Tote in einer Woche. Er könnte schon ein neues Opfer haben. Muss man einfach gesehen haben. Womit haben wir es hier zu tun? Der will, dass die Leute es mit ihm zusammen erleben. Wir haben weniger als einen Tag, bevor der Täter wieder zuschleift. Criminal Minds Marathon. Die komplette Staffel 3. Samstag und Sonntag, jeweils ab 13 Uhr. Auf 13th Street. Es geht um Letty. Sie ist ermordet worden. Wann wolltest du mir sagen, dass du Letty benutzt hast? Letty wollte Braga hochnehmen und da ist was schief gelaufen. Ich bringe diesen Braga hoch. Der Kerl hat mehr Heroin über die Grenze geschafft als Escobar in zehn Jahren. Bitte sagen Sie mir, es ist kein Fehler, war sie wieder einzusetzen. Ich komme mit dir. Ganz wie in alten Sats. Halt dich fest! Wenn ich blinkende Lichter im Rückspiegel sehe, halte ich nicht an. Wir möchten Sie nur was fragen. Gern, worum geht's denn? Wie kam das Blut? An dieses Messer? Wo waren Sie an diesem Wochenende? Wer könnte noch davon gewusst haben? Kennen Sie diese Frau? Spricht einer von Ihnen jiddisch? Was? Ja oder nein? Wie lauten die Fakten? Haben Sie eine Adresse? Wie hat er ausgesehen? Einwände? Wenn es nicht die Handwerke gibt, ist es dann in der Kunde. Dann kommen Sie an der Kunde. Dann kommen Sie an der Kunde. Dann kommen Sie an der Kunde. Wer war's? Law & Order. Heute ab 21.50 Uhr. Vier Folgen am Stück. Auf 13th Street. Untertitelung im Auftrag von 22.01 Uhr. Untertitelung im Auftrag von 23.00 Uhr. Untertitelung des ZDF, 2020